Was sieht hier zu friedlich aus? Das sieht hier alles viel zu friedlich aus. Ich sehe hier keinen. Bürger, Sie dürfen die Faker-Kapsel zur Zeit nicht verlassen, da Sie über eine illegal erworbene Waffe verfügen. Was? Das ist ein Klasse 5 Vergehen. Ich. Bürger, alle Faker-Kapselen sind standardmäßig feuerfest ausgestattet. Die Insassen sind dafür ganz neuer und schlafen. Mach schon auf, du! Sprechst du das Scheiß auf! Bürger, das Lüftungssystem dieser Faker-Kapsel ist gerade außer Funktion. Ah. Hier, der Typ. Bürger, ich kann die erste... Diese KI will mich nicht gehen lassen. Hilf mir, dann hebe ich dir eine geschmuggelte Kanone. Soll ich mal den rauslassen aus dem Kloakenknast? Ich heiße Trash Mountain. Du musst diesen vor Scheiße triefenden KI-Chip einfach gegen einen austauschen, der das Gesetz etwas lockerer interpretiert. Quasi ein böser Kopp-Bot. Die drangsalieren meine Läufe immer wegen Bestechungsgeld. Sie holen mich hier raus. Finde sie! Bürger, vielen Dank, dass Sie die Faker-Kapsel gewählt haben. Du bist eine Glühwelle in einem Scheißhaus! Ich kann es gar nicht! Ich bin schüttend. Klasse 1 vergehen. Sie haben ein zusätzliches Bußgeld von 5.000 Dollar erhalten. Wenn ich hier raus bin, schreiß ich dir deine KI-Chip zu! Androhungen von Fäkalverbrechen sind ein Klasse 7 vergehen. Ja, wie kriegen wir den da raus? Stimmt das nicht da? So, hier. Das ist die Aufgabe. Ich hab's hier mal ausgewählt. Wir müssen hier mit irgendjemandem sprechen. Achso, ist nur ein paar Meter weiter. Oh, was ist denn da oben? Wie guckt man denn da hoch? Ich befürchte Schlimmes. Das sieht ja fast aus wie so eine Arena hier. Oh, shit. Kleinen Moment, ey. Ich hab so viele neue Waffen hier. Alles klar, das ist eine Arena. Das ist bestimmt am Ende den Killer-Vault, wo wir den killen müssen. Was musst du machen? Ich muss mal eben packen hier, wenn die Waffen, die ich hier hab, ja. Hier rüber, ihr Hackfressen! Ah, ihr habt ja so viele Waffen, ey. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich nehmen soll, ey. Euer Anführer sitzt in der Scheiße. Ich soll euch suchen. Trashmouth ist kein Anführer. Der Verräter hat meine Waffe gestohlen und ist ab. Töne den Eindruck! Na, what the fuck? Wo bist du denn? Ich bin da runter, um den zu helfen, um den zu sagen, dass ihr Boss... Aber, ja. Wow, hier ist ein Boss. Badass. Oh, Alter. Badass Enforcer. Oh. 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 Ach, die Scheiße. Moin. Oh, shit. Come on, jetzt schießt auf den Pisser. Ich hab' geblatt. Ach, das legt mich doch. Das ist krass. Oh, Mann, Mann, Mann. Mann, 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 Mann. Der Ruf sagt für alle da. Oh, bitte. Tja, scheiße, ey. Triff mich nicht. Alles klar. Sind Sie tot? Was soll's? Schnapp dir eine Dose und komm her. Du musst das Gebäude verwüsten. Vereilung. Meine Lungen sind voller Methan und alter Ratsch-Pisse. Das ist wie moderne Kunst hier drin. Also irgendwie nicht so schön. Was für? Wenn du das hier hören kannst, ich brauche Hilfe. Diese KDK-Irrenat, Tumor-Helb, hat mich gefangen. Sie will einen Gefangenenaustausch mit ihrer Freundin Blattschein rausschlagen. Denk dich, ich wäre eine Atlas-Soldatin, was ich nicht bin. Wenn du mir hilfst, wird es sich für dich lohnen. Im Ernst. Hey, wir müssen noch mal zurück. Geh hier versteck. Es ist bei den U-Bahn-Tunneln. Dann musst du den Typen noch mal zurück. In den U-Bahn-Tunneln. Ja, aber... Hier sind die U-Bahn-Tunnel, oder? Ja, nein, aber wir machen doch... Können wir mal eins nach dem anderen machen? Wir müssen diesen Kacktypen helfen. Hier ist noch was hier unten. Was ist das denn da? Ja, da geht's gleich weiter. Das ist der andere Auftrag. Ich mach jetzt aber erst mal gegen den Kacktypen fertig. Okay. Warst du dich schon unten überall durch? Nö, ich hab nur das gemacht, was der von mir wollte. Achso. Oh Gott, Jenny Raiden, was? Boah, nix wie weg hier, er. Was ist das? Ne, 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 ja, ich... Da ist ein Gegner. Wen hast du aus dem Käfig gelassen? Irgendjemand aus dem Käfig gelassen. Das ist kein Wunder. Jetzt bleibt es aufschneiden und den bösen Schiff rausholen. Achso, das ist immer so ein... Sheriff-Bot, den ich klapp machen muss. Oh 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 oh. Das ist ein ... Oh oh oh. Leute, habt ihr das gesehen? Und jetzt wieder zurück und rein mit der neuen Käfig in dieses Güllesilow. Fluren ist ein Klammer eins vergeben. Ja, genau. Lass mich hier raus. Wir sind jetzt hier zusammendrin. Ah, was haben wir denn hier? Illegale Feuerwaffe. Wenn Sie raus wollen, Bürger, wird das teuer. Ich bezahle ein Scheifdreck. Und das war wirklich gemeint. Rufe Unterstützung. Code 2589. Warten auf, Scheißhaus. Komm, machen wir auf, Scheißhaus. Oh mein Gott. Was kommen denn jetzt hier noch für Typen? Ja, ja klar, was sonst? Ja, ja, ja. Das sind Schwächliche. Die sind sofort da, wenn man Sauerei macht. Ein Fäkalbrunnen? Ein wunderbarer Tag. Ja. Und los geht's. Was geht los? Warum das denn jetzt? So viel Müll produziert. Hol dir den Schiff. Noch ein Schiff. Gut, und jetzt installiert. Das ist ja eine Aufgabe, den da aus dem Scheißhaus rauszukriegen, du. Ich stecke sowas von in der Scheiß. Das ist ja nicht zu fassen. Hey, Mann, lass mich raus. Dann kannst du diesen Scheißhaufen mit deinen Kumpels sauber machen. Lass mich raus! Was ist los? Nein, 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 nein! Oh Gott. Was ist das denn für ein Kack? Ich frage mich, wo er hin ist. Ich will die Kanone. Finde Trashmaus. Was? Wohin muss man denn dafür? Ich muss mir mal eben kurz ein Skill vergeben. Ja, das ist ja... Okay, ich... Wir gucken mal. Oh mein Gott. Darunter müssen wir jetzt. Interessant. So, dann gehen wir mal da runter, wo du gerade warst. Wen hast du denn da freigelassen? Was hast du denn da angestellt? Was habe ich eigentlich so an die Waffen jetzt gerade dabei? Ja, ich muss auch mal eben kurz gucken, ja, weil das ist... Ich habe so viel Kram dabei, ja. Level 14. So, habe ich hier noch eine bessere? Sieht jetzt nicht so gut aus. Naja. Ich vergleiche mal... Ich habe jetzt hier ziemlich viele SMGs eingesammelt. Und hier 6 Schaden. Das ist so lächerlich. Erstmal die SMG hat 6 Schaden. Das ist... Ich glaube, die hat schon mal 21 Schaden. 15 Jetzt schon mal immerhin 12 Schaden Oh, was? Okay Jetzt 20 Schaden Oh, cool, ein Schild Bist das nicht? Bist das nicht? Wo sind wir runter? Hier sind wir runter, ne? Klar, nein Okay, und da ging es dann weiter Ja Sniper, das hat 46 Schottie 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 kann immer noch ein Angriff, Anteil, wobei? Du hast dir die falsche Frau ausgesucht Oh, die hat schon mal kein Kopf, ne? Ich weiß nicht, dass du die Kopfbots ausgeschaltet hast Wer du auch bist Bist du wegen des Austauschs hier? Rede mit mir Was ist das denn? Ach, du Scheiße Ach, du Scheiße Jetzt müssen wir da hoch in das Polizei Das war, was ich meinte Ja Okay Komm mal mit an der Richtung Wir müssen nochmal hoch Hey Ja, hier geht's auch hoch Und hier ist der scheiß Gegner Wow Ja, was ist denn so ein Gegner? Ich hätte halt gerne das mal jetzt die Aufgabe Wir gehen jetzt weiter Ganz weit in ein unerforschtes Gebiet Und da hinten haben wir noch die eine Aufgabe Gucken, wo die Map Ich glaube, es geht ja hoch Aber hier ist diese Gegnerin, wo ich wohin war Guck doch mal auf die Map Jenny von Raden Ja, hier geht's ja hoch Dann können wir die direkt hier mit erledigen Ich hab die ja schon ein bisschen runter Ja Guck So 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 ist tot So 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 Drew, hat sie genügend Stehvermögen? Ja, ja, das hat sie, glaubt mir. Du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben, die anderen Teilnehmer zu töten. Jeder, der darum kämpft, mit diesem Mann zu schlafen, ist eine Schande für die Gesellschaft. Ach so, der Daten. Der Daten, ist das ja okay. Noch irgendwas Interessantes hier gefunden, oder nicht? Ähm, nein. Doch, hier ist ein Claptrap. Hast du nicht gesehen? Oh, oh. Ja, nimm ihn doch. Dieser Claptrap ist einsam und mittellos gestorben. Ha! Ich mag ja erschütternd einsam sein, aber ich bin sowas von reich, obwohl es gibt ein paar Schuldeneintreiber, die nur bei Zeiten töten muss. Oh, es hatte ein emotional Resonant bei der ersten Generation. Jetzt können meine Freundin Dinge füllen, wie Sympathie, Mitleid und das erdrückende Gefühl niemals gucken, ihr seid ihr gekündigt, wie alle anderen auch. Stimmt. Auf zum ewigem Trott. Zeit für eine Kerbe. Nichts erlegst du nicht. Nichts zu einer. Und tschüss. Kommt der denn her, ne? Na, ich pisse hier aus dem Karton, ne? Maler, ihr Schaube. So, oder da? Du gehst schon wieder in die falsche Richtung vorwärts. Aha, okay. Dann kommen wir gleich hin. Ich würde, wie gesagt, erstmal die eine Aufgabe noch machen. Und ich schätze mal, das ist hier so was wie eine Arena, dieses Polizeirevier. Das macht so ein bisschen Eindruck. Die Unterführung. Nähere mich dem Cop-Bot-Hauptquartier. Jetzt such einen Weg rein und zerschmettere die Cop-Bots. Befreie dann, mein Baby-Blood-Schein. Ah, ja. Wo bist du? Vor dem Polizeirevier. Und das ist wo? Guck auf die Karte, was markiert ist. Äh, ach, da hinten. Okay. Deputy-Bot. Upsi. Oh, ist hier viel los. Scheiße, ich komm da nicht hin. Was, da ist gar nichts los. Hier? Hier ist die Hölle los bei mir. Wenn du in die falsche Richtung gehst, dann bist du in die Hölle los. Schief, Mann. Das schief mir nicht. Okay, warte mal. Ah, ich bin auf dem Weg. Scheiße, Scheriff hier. Komm, schieß. Jawohl. Nein, noch nur Scheriff. Ach, das war es für mich. Oh, mehr Türen, wo kommt er denn her? Was, da ist ein Märtyrer. Ja. What the fuck? Ja, ich verblüte. Auf dem Weg. Wow, okay, jetzt vorbei. Zu viele von den Typen. Mal gucken, wo ich hier aufstehe. In der Nähe? Scheiße, möge ich nicht. Was kommt denn hier alles? Hast du die mitgelockt oder was, die Typen? Was? Hier draußen vor der Tür sind aber auch noch so viele Typen. Ich habe mich gerade gefragt, ob du mitgezogen hast. Weil sie gerade nicht da waren. Ich glaube, ich bin da nicht. Ja, wir können mal. So. Jetzt können wir wieder rein. Oder hast du es schon fertig gemacht, da? Ja, ich habe es soweit schon. Weiß ich nicht. Wenn ja nur die drei Bots das waren, dann sind die schon weg. Nee, das war nicht nur die Reibots. Ich glaube nicht, oder? Wie kommen wir denn jetzt da hoch? Das ist Blatschein, achso. Nee. Warum? Okay. Okay. Was? Schnapp dir mal ihre Maske. Loll. Tumorhead. Halt, stopp, warte mal. Hier gibt's noch was, oder? Ne, doch nicht. Genau. Ernst? Werdet erwachsen, das will doch niemand sehen. Genau. Was ist denn da los? So, kommen wir hier wieder runter, oder was? Ja. Ich gehe einfach mal weiter. Ne, ich dachte, ich habe Munition. Aber wir müssen tatsächlich runter, ne? Ja, wo war das denn? Wo ging's denn hier runter? Hier, hinten, ne? Oh, warte mal, hier geht's hoch. Hier oben scheint es irgendwas zu geben. Ach, da geht's rüber auf die andere Seite, ne? Wir müssen uns mal entscheiden. Ich bin im Stadtplatz. Oh, 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 oh. Wen hast du jetzt wieder mitgebracht? Freunde! Ähm... Hier waren wir unten und jetzt? Ich gehe mal zu der Alten hier. Schatz, bist du hier? Ich rieche dich, Baby! Ihh. Komm herein! Okay, jetzt setzt einer der Leichen an der Tür Blattscheins Maske auf. Das sollte sie dazu bringen, dich reinzulassen. Wo bist du? Was? Na, bei der Alten, Mann. Wo ist die denn? Unten? Hallo, oh, ja, unten. Ach, Quatsch. Wie kommt ihr denn da rauf? Alter! Ich kann meine Augen nichts von dir lassen, Teilnehmer. Du bist wie Poesie in Bewegung. Ich will Poesie supertödlich werden. Hammerjäger, hilf mir! Was? Wo soll die denn sein? Endgegner. Endgegner? Ja klar, bist du hier runter. Was denkst du denn? Du siehst aus. Der Trauzeuge. Ne? Ach, der Trauzeuge. Das ist ein Entgegner. Okay. Aber wenn man hier schon so runterspringt, wo es nicht mehr hochgeht, dann... Bist du da, oder bin ich alleine hier? Du bist alleine. Ich bin oben. Achso. Ich kümmere mich erst mal hier um den Rest. Ne, ich hab den Trauzeuge schon klappt. Okay. Ach, Quatschensbruder haben wir auch noch hier. Meine Fresse, was geht denn hier jetzt? 56. Oh, was ist denn da noch? Oh, Bloodshines Mutter. Ach, Schad. Mein Shit. Kannst du mich mal kurz heilen hier? Dankeschön. zusammenflicken. Oh, was? Schon wieder. Alles klar. Oh, Tumorhead. Wer kommt denn noch hier alles an? Ach, du Scheiße. Blattscheins Auge. Junge. Junge Arsch. Ich lieg neben dir. Ich hab keine Muni mehr. Ich bin tot. Oh. Mein Waffenhain ist auch tot. Oh, ich bin auch krass. Ich hab wieder. Krass, oh Scheiße. Oh, ich hab keine Muni mehr. Ja. Ach, überhaupt keine Muni mehr. Das ist das Schlepp. Ich glaub. Sonst hat ja jemand Muni geklaut oder was. Ich bin mir nicht sicher. Hä, jetzt hab ich wieder. Ich hab nur neulet. Jo. Noch ne Neustart immer. Ich komme. Äh, wo war das noch gleich? Den, den gleichen Weg wieder runter. Ach, ja. Fühl dich an. Oh, was ist das denn geil? Alter, die Fresse. Ach ja, genau. Ich will mich einnehmen. Komm zu mir, mein Frau. Ah, ich hab schon mir voll aufs Mappel. Voll aufs Mappel. Wo ist die Alte jetzt? Hier unten. Ich geh nochmal zwei. Äh, will you marry me? Schauen wir mal. Mal aufs Mappel. Einmal hoch und einmal rum. Hä? So. Tumorhead. So, erstmal richtig hier auf die Fresse. Tumorhead ist tot. Okay, der ist aber... Verrückte Todes. Hol mich hier raus. Ich glaub, die sind jetzt alle tot. Äh, das ist noch ein Familienmitglied. Ich will jetzt nicht sterbe. Damit die Familie nicht sterben kann. Oh mein Gott, so. Boah, richtig viel los hier. Jetzt lag hier einiges rum, was ich mir anschauen wollte. 85er Sniper. Die sind beide ganz gut. Was kann ich denn hier wegschmeißen? Ja, ich muss auch was wegschmeißen. Dringend. Ähm... Die Knarre hier zum Beispiel. 59 Schüsse bis defekt. Das ist ja schon mal Schrott. Diese COV-Waffen, die sind alle ziemlich... ...Quatsch, ne? Die sind ja sehr schnell kaputt. Oh, was ist das? Shed wollte ich gar nicht. So, das Ding... Ich glaub, das war ja auch nicht. Skin freigeschaltet. So. Ja, was hast du für ein Schild? Äh, 448. Ich hab hier ein 471er. Wolltest du den haben? Nö, was kann der sonst so? Zeig mal. Äh, warte mal. Der liegt nicht auf dem Boden. Der liegt nicht auf dem Boden. Was ist denn? Stopp, 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 stopp. Komm mal stehen. Hä? Handelsanfrage. Genau. Genau. Ich biete an... Wo ist er denn? Äh, da ist er. Wie mach ich das denn? Achso, okay. Okay. Äh, danke schön. Check ich mal. Ist der besser? Ja, der ist besser. Ein bisschen... Ein bisschen langsamer, aber ansonsten... Nehm ich den mal. Hm, die Schotty, die ich hab, ja... Ich weiß nicht, äh... Ich geb denen mal nen Stern. Nehmen werd ich die, glaub ich, nicht. Jetzt haben wir hier, Level 14. Oh, Waffenkiste. Wieder so ne Schrottknarre. Ne, nur ein bisschen der Waffenkiste hier. Jetzt, wo du mich befreit hast, kann ich dir erzählen, dass ich Naoko Katagawa bin. Ja. Mein Drecksbruder hat Taryn Kalypso beauftragt, alle meine Geschwister zu töten. Ich bin die letzte Überlebende. Du musst wissen, ich bin nicht wie mein Bruder. Er ist ein Psychopath. Ach so. Ich will mich tot sehen. Als mir klar wurde, was mein Bruder vorhatte, wollte ich auf Promethea untertauchen. Ich fand einen toten Atlas-Soldaten und habe seine Sachen geklaut. Dann schnappten mich die KDK. Ich muss eine Weile untertauchen. Die meisten Leute hier würden mich allein wegen meines Nachnamens töten. Aber falls du meinen Bruder siehst, verpass diesem Arschloch eine Kugel von mir. Ah, das ist klar. Weißt du, wer das ist? Oh, Tumorhead hat mir auch ein Familienerbstück gestohlen. Das ist eine von den elf Geschwistern. Nichts war ungut, aber ich hoffe, dass wir uns nie wiedersehen. Im Ernst. Hui, was liegt denn hier? Aha. Scheiße, hier muss ich Platz machen. Was liegt denn wo? Hier liegt eine blaue Knarre. Mhm. Hier bei mir nicht. Ach, ich habe noch Waffen. Ach, hier ist so viel Scheiße, ey. Ich weiß. Ja. Ich habe hier nur... Pistolen, ey. Grüne Sachen. Mhm. Aha. Na gut. Ähm, wie weit sind wir denn? Ja, boah, ey. Also, krasse Map hier, ne? Ja. Sollen wir mal eben hoch nach Sanctuary. Ähm. Und, äh, dann könnten wir mal kurz ein kleines Päuschen einlegen. Ja. Unsere Waffen sortieren und dann gehen wir mal wieder hier runter. Ja. Obwohl ich mich frage, wenn wir das machen, sind hier unten wieder neue Gegner gespawnt überall, ne? Sehr wahrscheinlich, ja. Naja. Egal. Na ja, macht ja nix. Es gibt ja Loot und Erfahrung. Genau. So, ich guck mal kurz. Aufkommender Sturm. Das ist ja nicht das, was wir machen wollen. So, bei den Aufgaben haben wir hier noch einiges zu erledigen. Was haben wir denn da? Guck mal, warte mal kurz. Sammle Batterien. Wir können mal eben die eine Batterie sammeln. Die haben wir wohl übersehen. Die ist nämlich da an einer Stelle. Ah, ne, komm. Wir gehen hoch. Ja. Äh, Sanctuary. Du bist unvermesserlich, mein kleiner Freund. Okay. Gut. Dann machen wir kurz einen Cut und wir sind gleich wieder da. Bis gleich. Bis gleich.